Alte Gärtnerei macht Platz für Familienquartier. Die Gebag hat einen rund 5400 Quadratmeter großen Teil des ehemaligen Gärtnereigrundstücks an der Prinzenstraße an den deutsch-schwedischen Projektentwickler Bonafa verkauft. Bonafa will auf der Fläche am Parkfriedhof bis Ende 2019 ein neues Wohnquartier mit insgesamt 18 Doppelhaushälften und drei Reihenhäusern bauen. Das Grundstück ist bereits weitgehend erschlossen, sodass die Bauarbeiten voraussichtlich im Frühjahr 2018 starten können. Die Gebag selbst plant auf einem verbleibenden rund 1500 Quadratmeter großen Grundstück den Bau von sechs Mieteinfamilienhäusern mit je sechs Zimmern auf 127 Quadratmetern. Die Gebäude richten sich dabei vor allem an kinderreiche Familien. Die Fertigstellung ist für April 2018 geplant. 2015 hat die Gebag das Grundstück von den Duisburger Wirtschaftsbetrieben angekauft, ursprünglich um hier Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlingsfamilien zu schaffen. Ein Konzept, das letztendlich durch den geringer werdenden Flüchtlingsstrom nicht mehr umgesetzt wurde. Winterzeit ist Einbruchszeit. Laut der Einbruchsstatistik des Bundeskriminalamts wurden in Duisburg im vergangenen Jahr 1630 Einbrüche begangen. Das sind 332 Fälle je 100.000 Einwohner. Die Herbst- bzw. Winterzeit ist eine beliebte Jahreszeit bei Einbrechern. Denn gerade in den dunklen Monaten sind sie besonders aktiv. Fast 40 Prozent der Einbrüche fallen auf die Monate Oktober, November und Dezember. Denn aufgrund der früh einsetzenden Dämmerung wird in den Wohnungen oftmals bereits am frühen Nachmittag das Licht eingeschaltet und Einbrecher erkennen, ob jemand zu Hause ist oder nicht. Außerdem werden die Langfinger schlechter von Nachbarn oder Passanten wahrgenommen und das Risiko erwischt zu werden sinkt. Schutz vor Wind und Wetter. Mit dem Beginn der kalten Jahreszeit weist die Stadt Duisburg darauf hin, dass wohnungslose Personen auch in diesem Winter nicht ungeschützt den Einflüssen des winterlichen Wetters ausgesetzt sein müssen. Erklärtes Ziel des Duisburger Hilfesystems ist die wohnraummäßige Versorgung aller von Wohnungslosigkeit bedrohten oder auch betroffenen Personen. Da einige Personen das Hilfeangebot aus individuellen Gründen ablehnen, wird diesen alternativ übergangsweise ein beheizter Schlafplatz angeboten. Anlaufstelle für alle Betroffenen ist werktags in der Zeit von 8 bis 16 Uhr die zentrale Anlauf-, Beratungs- und Vermittlungsstelle auf der Beekstraße 45 in der Innenstadt. Hinweise auf obdachlose Personen in unserer Stadt nimmt die Fachstelle für Wohnungsnotfälle entgegen. Neue Paten für die Regattabahn-Laternen. Seit gestern Nachmittag sind zwei Läufer offizielle Laternenpaten. Für ein Jahr lang tragen zwei der insgesamt 180 Laternen an der Regattabahn in Duisburg-Wedau die Namen von zwei Sportlern. Zu verdanken haben sie dieses Geschenk Duisburg Sport und den Organisatoren des 15. Bunots Lichterlauf. Die Laternenpatenschaften werden jedes Jahr an die insgesamt 2000 Teilnehmer verlost. Die Spende trägt dazu bei, dass Duisburgs Läuferinnen und Läufer auch zu späteren Abendstunden sicher trainieren können. Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass ich diese Patenschaft jetzt gewonnen habe und kann das nur jedem empfehlen. Jeder, der sportlich unterwegs ist, hier bei dem Lichterlauf mitzumachen und man kann ja auch eine schöne Patenschaft gewinnen. Uwe Busch, Geschäftsführer des Stadtsportbundes, überreichte den beiden Sportlern ihre Namensschilder, die in den kommenden Tagen direkt unter den leuchtenden Laternen befestigt werden. Weltfrühchentag in den Sana-Kliniken. Anlässlich des Weltfrühchentages am 17. November überreichen Vertreterinnen und Vertreter des Innerville-Clubs Duisburg am 15. November selbst gehäkelte Tintenfische an die Sana-Kliniken Duisburg. Da insbesondere der Greifreflex bei Frühchen schon stark ausgebildet ist, ziehen diese sich manchmal den Sauerstoffschlauch aus der Nase. Ist aber ein kleiner gehäkelter Tintenfisch in ihrer Nähe, umklammern sie lieber dessen Tentakeln, die sie an die vertraute Struktur der Nabelschnur im Mutterleib erinnern. Diese positiven Erfahrungen haben verschiedene Kliniken in ganz Europa gemacht. Denn allein in Deutschland werden pro Jahr 60.000 Kinder vor der 40. Schwangerschaftswoche geboren. Werner Muth liest im Kultur- und Stadthistorischen Museum. Zum bundesweiten Vorlesetag im Kultur- und Stadthistorischen Museum in der Reihe Erzählcafé lebendige Geschichten wählt der Duisburger Autor Werner Muth aus einem Stapel von Büchern gemeinsam mit dem Publikum Texte aus, die der Stimmung des Tages und der Atmosphäre des Museums entsprechen. Seine Hörer erwartet eine Auswahl aus romantischen Werken, bekannter und unbekannter, klassischer und zeitgenössischer Autoren sowie eigener Lyrik. Los geht es am Sonntag, 19. November um 15 Uhr im Stadtmuseum am Johannes-Korpuzius-Platz im Innenhafen. Der Eintritt beträgt 4,50 Euro, ermäßigt 2 Euro. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.stadtmuseum-duisburg.de Das Wetter passt zum November. Heute war der Start in den Tag eher trüb und grau. Bei kühlen Temperaturen und dichter Bewölkung erreichten die Werte zwischen 6 und 10 Grad. Der Samstag zeigt sich ähnlich. Den ganzen Tag über bleibt es bewölkt. Zum Abend ist mit Regen zu rechnen. Die Temperaturen erreichen dabei 5 bis höchstens 8 Grad. Auch der Sonntag wird ungemütlich. Wolken verhängen den Himmel und es kann gelegentlich zu Schauern kommen. Das Thermometer erreicht nur noch zwischen 4 und 7 Grad. Der Montag bringt uns dann wieder ein bisschen die Sonne zurück. Es bleibt dafür aber kühl mit Werten von 4 bis 10 Grad. Der Verkehr bei Studio 47 wird Ihnen präsentiert von Ihrem Subaru-Autohaus Wingenta in Neumühl. Autofahrer seien Sie gewarnt. Es wird geblitzt im Ruhrgebiet. Nehmen Sie also besser den Fuß vorm Gas und zwar unter anderem auf der Königsstraße in Altwalsum und auf der Oranienstraße in Düssern. Und Baustellen behindern weiterhin den Verkehr. Wegen Kanalbauarbeiten gibt es Behinderungen auf der Schifferstraße in Kasslerfeld. Diese ist im Einmündungsbereich der Max-Peters-Straße in Fahrtrichtung Ruhrorterstraße gesperrt. Im Baustellenbereich kann der Verkehr nur einspurig mit einer Baustellenampel geführt werden. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende April 2018 dauern. Und in Bekerwerth gibt es Behinderungen auf der Ahrstraße. Bis voraussichtlich Mitte November wird zwischen der Heimersheimer Straße und der Walpotsheimer Straße die Straße inklusive der Gehwege erneuert. Studio 47 wünscht allen Verkehrsteilnehmern eine sichere und staufreie Fahrt. Kommen Sie gut ins Wochenende.